Hallo, mein Name ist Heidi Schwab. Ich bin Vorsitzende der CDU Heusenstamm. Ich bin im Team Steffen, weil ich weiß, dass Steffen ein sehr kluger, empathischer und zielorientierter Mensch ist. Er wird sich für Heusenstamm mit Herzblut engagieren. Und weil ich das weiß und davon überzeugt bin, wähle ich am 4. Juli Steffen bald zum Bürgermeister für Heusenstamm.